Riesenapplaus für Marco Paa! Und seine Jene in der roten Ecke! Jetzt muss ich wieder genau aufpassen. Drilon Du Raku! Jawohl, er hat einen Totenkopf von ganz exponierter Stellung. Hoffentlich ist der nicht tot. An der Stelle. So, die letzten Instruktionen. Ringfrei zur ersten Runde! Ringfrei zur ersten Runde! Sie werden ruhig wieder mit Anfall in der SDR. Auf geht's! Hey, 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 hey! Bauber! Applaus Dann for例えば Spastier Jawoll! 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 Üpplig ist der Mann in der roten weißen Hose. Ist nicht so gut gebaut. Nein, der hat einen Schutz drin. Lang... Jawoll, dann! Nies! Innen! Now! Wärser gut! Das ist gut! Ja, der Anfang hat der Fall einfach hier. Und jetzt meine Viertel in allen Händen. Jawoll. Seconds out, Ring-Fly, Runde 2. Ring-Fly, Runde 3. Ring-Fly, Runde 3. Ring-Fly, Runde 3! Ring-Fly, Runde 3! Un be跟 vostの普通lia! とright! Applaus 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 Runde 3 Runde 3 Runde 1 Applaus 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 Nichts passiert, ausgerutscht und weiter geht's. So, wir fallen noch einmal an, zunächst bei Kauze. Hey, 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 hey! Ja, der Land ist zu. Unbeabsichtigte Tiefschlag. Jawohl, das sind Spotsdameraden. Dann einen Applaus noch einmal für die beiden. Kennt ihr das hier? Super klar! Ja, der Land ist es zu. Ja, das war nur das. Das war es nicht. Ja, ein knapper Sieg, so wird David Ihnen jetzt schon verdarren. Aber wir haben einen Sieger. Vor allem einen Sieger, wenn Sie da morgen weiterhauen. Aber ob er dann der Sieger ist, wer weiß es denn auch noch. Ich konnte es nicht mehr rein, so wie konnte ich es nicht. So. So, und das Urteil. Knapper Punkt gewinnt die rote Ecke. Drieger, David Rathen! Und bei euch schenken wir noch mal einen riesigen Applaus für den herz zerfrischenen Kampf. Wo sind meine Leute? Und bei euch schenken wir noch ein paar sock 하는